Brose hat natürlich auch ein absolutes Highlight mitgebracht, noch im Konzeptstand, aber ich stelle es euch trotzdem mal kurz vor. Our new piece of art, only the frame is missing. Hier sehen wir es schon so ein bisschen, aber hier drüben haben wir es auch noch mal im Schaukasten. So wird es dann aussehen. Das ist im Endeffekt ein stufenloses Automatikgetriebe, komplett integriert mit dem Motor zusammen. Hier drin, automatic shifting, smooth start and strong, perfect solution for our city and tracking. E-Bike steht hier dran, ist noch im Konzept, wird aber dann 60 Newtonmeter hier an der Achse haben. Dementsprechend bei der Übersetzung ist es natürlich noch mal mehr. Bei einer 1 zu 1 Übersetzung wären es 60 Newtonmeter, aber es fühlt sich natürlich noch mehr an. Und wir haben eine Bandbreite von 420%. Das ist schon ordentlich und das natürlich dann alles stufenlos und automatisch. Im Prinzip genau das will man ja. Absolut spannend. Ich drücke Brose die Daumen.